Herzlich willkommen bei Close to the Action. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute treffen darf. Gehen wir mal ganz zurück zum Anfang. Wann hast du denn so deinen ersten Kontakt mit der Schauspielerei gehabt und wann ist so deine Leidenschaft dafür entbrannt? Ich habe in der Grundschule in der Theater AG mitgemacht, also so ganz klassisch und ich bin da dann irgendwie so reingerutscht. Also meine Tante hat beim Fernsehen gearbeitet und die kannte dann halt so ein paar Leute und so bin ich dann zu meiner ersten Agentur gekommen und habe dann am Anfang so Komparsenjobs und Kleindachsteller-Kram und so gemacht und dann irgendwann ging es dann so um Werbespots und so und ja, so kam das dann. Dann kamen irgendwann die größeren Rollen. Gab es da in der Kindheit auch irgendein Vorbild, wo du gesagt hast, genau das möchte ich später auch machen? Das ist eine gute Frage. Nee, eigentlich nicht. Also ich wollte irgendwie alles werden als Kind. Also ich wollte mal Lehrer werden und mal Arzt und mal Anwalt, keine Ahnung. Und ich glaube, das hat mich so gereizt, dass man, wenn man spielt, einfach in jede Rolle mal schlüpfen kann. Und dann habe ich das so ein bisschen über den Weg versucht. Aber ich hatte jetzt irgendwie keinen Torspieler, aber ich dachte, mein Gott, ich muss unbedingt so sein wie sie. 2009 hast du angefangen, am Juniorhaus in Köln Schauspielunterricht zu nehmen. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Vor allen Dingen, dass man sich nicht ängstigen darf beim Schauspielen. Und weil man ist natürlich auch in dem Alter, da war ich irgendwie zwölf oder dreizehn oder so, als ich angefangen habe, da ist man halt super verklemmt. Und alles ist peinlich und besonders mit Jungs und so. Und da hat man das dann echt abgelegt, dass man dann auch mal rumschreit oder komische Bewegungen macht und so weiter. Und man hat auch ganz viel Improvisation gelernt, was mir auch, glaube ich, jetzt ganz gut kommt. Der Traumberuf Schauspieler ist für sehr viele junge Menschen ein Ziel. Gibt es irgendwelche Tipps, die du geben kannst? Lohnt sich der Besuch einer Schauspielschule? Also der Besuch einer Schauspielschule lohnt sich auf jeden Fall. Ich war ja nur auf so einer Kinder- und Jugendschauspielschule. Also ich habe jetzt auch keine staatlich anerkannter Ausbildung oder sowas. Wie gesagt, ich bin da irgendwie so reingerutscht. Ich studiere eigentlich fast anderes. Wenn man das studieren möchte, dann ist auf jeden Fall eine staatliche Schauspielschule sehr gut, weil man da wirklich das Handwerk lernt. Und man muss halt wirklich dabei bleiben, weil es ist ein Job, den unfassbar viele junge Mädels vor allen Dingen machen wollen. Und die Konkurrenz ist riesig. Und da muss man wirklich Geduld mitbringen und sich ein dickes Fell wachsen lassen. Apropos dickes Fell, du hast schon während deiner Schulzeit gedreht und die Schauspielschule besucht. Wie war die Reaktion der Mitschüler? Gab es da auch mal negative Erfahrungen? Nee, das eigentlich nicht. Die fanden das immer ganz witzig, wenn die mich im Fernsehen gesehen haben. Ich habe das dann auch nicht immer unbedingt gesagt, gerade wenn es um so Werbespots ging. Da wusste ich ja nicht, wann das ausgestrahlt wird. Und dann habe ich da immer ganz lustige Nachrichten gekriegt. Aber nö, den meisten war das eigentlich egal. Also entweder haben die mich halt nicht darauf angesprochen oder es war halt lustig, aber keine negativen Reaktionen oder so. Dein erstes großes Casting, die erste große Hauptrolle war für Alarm für Cobra 11. Wie war diese Zeit, dieses Casting? Kannst du das nochmal Revue passieren lassen? Ja, das war ganz furchtbar aufregend. Ich bin da mit meiner Mutter irgendwie hingefahren. Das war relativ weit außerhalb von Köln in Hürth, da wo die auch drehen. Und da waren noch so ein paar andere Mädels und dann ist man natürlich sowieso immer so ein bisschen eingeschüchtert. Und das war noch vor Weihnachten irgendwann, also recht früh. Und ja, ich dachte, ich hatte auch, glaube ich, eine Szene nicht gekriegt und musste die dann innerhalb von zwei Minuten lernen. Das war dann auch irgendwie so ein bisschen schwierig. Und ich hatte ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und dann hat es im Endeffekt auch geklappt. Und das hat mich sehr überrascht. Viele Schauspieler haben ja für ihren Beruf so eine ganz eigene Definition, was Schauspiel für sie persönlich bedeutet. Hast du auch so eine Definition? Wie ich eben schon gesagt habe, dass man halt in so andere Rollen schlüpfen kann. Und für mich ist Schauspiel immer so ein bisschen so was Experimentelles gewesen. So ein bisschen so eine Flucht in so eine andere Welt und andere Wesen, andere Denkweisen erforschen. Und ich gehe da so ein bisschen psychologisch dran. Das ist so meine Definition vor Schauspiel. Den meisten Zuschauern wirst du bekannt sein als Natascha aus der dritten und vierten Staffel von Der Lehrer. Wie würdest du deine Rolle der Natascha beschreiben? Meine Rolle bei Der Lehrer war eine Hauptschülerin mit polnischem Migrationshintergrund, die so ein bisschen Schwierigkeiten in der Schule hatte. Im Rollenprofil stand immer, dass sie so die Schulhofqueen war und immer alle anderen so ein bisschen gemobbt hat und so ein bisschen assi vielleicht auch war. Aber eigentlich hatte sie ein ganz gutes Herz und hat für die Dinge gekämpft, die ihr wichtig waren. Und das fand ich sehr bemerkenswert an dieser Rolle. Wie würdest du diese Zeit bei Der Lehrer zusammenfassen? Wünschst du dir manchmal, wieder zurückzukehren? Oh ja, auf jeden Fall. Also ich hatte super viel Spaß mit meinen Kollegen da. Das war wirklich ein super cooles Team. Und weil es ja auch über zwei Jahre war, war das irgendwie immer so eine Konstante irgendwie. Und das war irgendwie, verbinde ich das immer mit Sommer. Also wir haben zwar nicht immer im Sommer gedreht, aber ich verbinde damit voll viele heiße Tage und irgendwie lange Drehtage in diesen Schulen. Und das war ganz super. Hast du noch Kontakt zu deinen Schauspielkollegen von Der Lehrer? Ja, teilweise. Also ich telefoniere hin und wieder mal mit ein paar von denen, die so hier in der Nähe wohnen. Also ein paar sind halt auch in Berlin, zu denen habe ich halt keinen Kontakt mehr. Aber mit dem Rest versuche ich da ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Seit September 2016 bist du bei der Serie Unter uns dabei. Seit Folge 5.431. Weiß ich? Ja. Allein diese Folgenanzahl, das zeigt ja schon, was für eine riesen Fangemeinde diese Serie hat und wie lange es diese schon gibt. Wie hast du reagiert, als du die Rolle bekommen hast? Und war da auch so ein bisschen Respekt dabei, jetzt in so eine große Serie einzutreten? Ja, das auf jeden Fall. Jetzt, wo ich diese Folgenanzahl höre. Ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ja, schon. Ich weiß halt, dass meine Oma das früher immer geguckt hat und deswegen war das für mich so etwas ganz weit Entferntes. Und dann, jetzt spiele ich selber mit, das ist voll verrückt. Ja, das gibt es, glaube ich, seit 1994 oder so. Also vor meiner Geburt wurde diese Serie schon ausgestrahlt, was irgendwie völlig irre ist. Ich habe so ein bisschen, also natürlich einerseits habe ich mich gefreut, aber andererseits war es auch so, okay, ich muss zurück nach Köln ziehen. Ich wohne eigentlich in Trier und das war so ein bisschen so ein Zwiespalt, weil es dann ab da sehr, sehr stressig geworden ist mit Studium und Drehen. Aber, ja klar, es war eine Riesenchance und ich bin sehr froh, dass ich diese Rolle gekriegt habe. Wie würdest du denn deine Rolle, Casey Schneider, beschreiben? Meine Rolle ist eigentlich so ein Bauernmädchen, was aber gar kein Bauernmädchen sein würde. Sie möchte berühmt werden, auf jeden Fall, egal wie, ob jetzt als Schauspielerin, Sängerin, Spieler, Frau, Tochter von, keine Ahnung, finde ich wurscht. Und sie legt sehr viel Wert auf ihr Äußeres und so weiter, aber tief in ihrem Innern möchte sie eigentlich nur geliebt werden, weil sie früher halt sehr, sehr dick war und immer gemobbt wurde. Und ich glaube, sie sucht einfach nur nach Anerkennung und versucht das durch so oberflächliche Lappalien irgendwie zu erhalten. Gibt es Unterschiede bei den Dreharbeiten so unter uns wie zu anderen Produktionen, die du schon gedreht hast? Weil die Serie wird ja eigentlich jeden Tag ausgestrahlt. Ist das anders? Ja, das ist sehr viel anders. Das kann man quasi gar nicht vergleichen. Also Soaps zu drehen ist eine ganz andere Welt als ein Fernsehfilm oder eine Serie oder so. Und Kinofilm ist nochmal was anderes. Man dreht halt wirklich jeden Tag, das war ich überhaupt nicht gewohnt. Ich hatte bei anderen Produktionen immer, keine Ahnung, vier, fünf Drehtage und dann war es das und dann bin ich gegangen. Und da ist es halt so, du musst fast jeden Tag irgendwie um sieben auf der Matte stehen und dann auch, weiß ich nicht, zehn Stunden drehen oder so. Du musst jeden Tag deinen Text lernen und du hast viel mehr Bilder an einem Tag. Also Bilder sind zehn. Und das ist eine Fließbandarbeit, weil es nimmt halt einfach kein Ende. Das ist ja die Idee der Soap, dass es halt einfach unendlich ist. Und so fühlt sich das auch manchmal an, dass man einfach gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, weil man am Ende rauskommt. Aber wenn man dann die Reaktion der Fans sieht und dass die sich freuen über neue Erfolgen, dann ist das natürlich sehr lohnend. Und wie verbindest du das dann mit deinem Studium? Also du hast angefangen, Englisch- und Medienwissenschaften zu studieren. Mittlerweile ist es Psychologie. War das so das zweite Standbein, was du dir da aufbauen möchtest? Ja, schon so ein bisschen. Also ich wusste halt von Anfang an, dass ich einen akademischen Abschluss haben will. Also einen wissenschaftlich-akademischen Abschluss. Und englischen Medienwissenschaften habe ich nur in einem Semester studiert. Da wusste ich von vornherein, da brauchte ich halt nach dem Abi irgendwie was zu tun und wusste nichts mit mir anzufangen. Dachte, naja, schreibe ich mich mal dafür ein. Und ja, Psychologie, damit bin ich jetzt fast fertig. Und das interessiert mich halt einfach so vom Studiengang her. Aber ein zweites Standbein ist es auch, weil man weiß nie, was die Schauspielerei so bringt, weil das halt auch total unsicher ist alles. Und deswegen habe ich das so ein bisschen in der Hinterhand. Und wie verbindest du das, wenn du gerade sagst, die Soapdreherei ist eigentlich Fließbandarbeit? Wie verbindet man das mit Studium? Sehr schlecht. Also bei mir ist es echt mehr schlecht als recht. Ich bringe mir die ganzen Sachen halt selber bei. Ich gucke mir die Vorlesungen an und so, die hochgeladen werden von den Dozenten und nehme mir dann für die Klausuren frei, fahre nach Trier, schreibe die Klausuren und drehe am nächsten Tag weiter. Also es ist schon sehr stressig, aber bis jetzt habe ich alle Klausuren bestanden. Also irgendwas scheint nicht richtig zu machen. Dann wird jetzt bestimmt auch die letzte bestanden werden. Gehen wir mal nochmal zurück zur Schauspielerei. Gibt es noch so eine Traumrolle, wo du sagst, sie möchte ich unbedingt mal spielen? Ich würde gerne spielen Mowgli aus dem Dschungelbuch, was anhand meines Geschlechts und meines Alters etwas schwierig erscheint. Aber ja, nee, sowas finde ich cool. Oder halt, ja, ich würde irgendwie gerne mal was Dreckiges spielen. Ich werde halt ganz, ganz häufig für so Zickenrollen irgendwie besetzt und ich werde immer sehr schön gemacht irgendwie für die Kameras. Aber ich würde einfach mal gerne irgendwie so ein Drogenopfer oder halt irgendwas Hässliches spielen, weil es immer sonst so ein Beauty-Queen ist und das nervt halt nach einer gewissen Zeit. Das nervt nicht, aber man wird auch mal gerne ein bisschen Abwechslung haben. Und apropos Abwechslung, welche Projekte stehen jetzt als nächstes an für dich? Das weiß ich noch gar nicht. Also man ist halt auch immer sehr eingeschränkt durch Soaps. Und auch wenn die einem versuchen zu ermöglichen, andere Sachen noch zu drehen, kann man halt nie länger als eine gewisse Anzahl an Tagen fehlen. Weil, besonders wenn man gerade im Major ist, weil man dann einfach super viel zu drehen hat und das kann nicht nachgedreht werden. Deswegen ist jetzt mein momentaner Plan, mich erstmal auf die Uni zu konzentrieren und das mal so zu beenden, weil ich das immer wie so einen Sack hinter mir schleppe. Ja, also ich gucke mal, was kommt. Dann sind jetzt noch deine Fans dran. Es gab nämlich ein paar Fanfragen. Und die erste lautet, hast du vor, einmal nach Luxemburg zu kommen? Da wohnen auch zwei Fans von dir. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist von so einer Instagram-Seite. Ja, auf jeden Fall. Ich war auch schon mal in Luxemburg, weil ich ja auch eigentlich in Trier wohne. Und Trier ist direkt neben Luxemburg. Deswegen, ja, schon. Was gefällt dir an deiner Rolle der KC und was eher nicht? Mir gefällt an ihr, dass sie so quirlig ist und so verrückt und irgendwie meistens gut drauf und immer überspringt mit irgendwelchen schwachsinnigen Ideen. Manchmal nervt es mich so ein bisschen, dass sie so rücksichtslos ist und irgendwie alle überrennt wie so ein D-Zug und immer unbedingt ihren Kopf durchsetzen will. Aber ansonsten habe ich eigentlich immer sehr viel Spaß mit ihr. Und die letzte kommt von Jasmina. Wo siehst du dich selbst in fünf Jahren sowohl beruflich als auch privat? Oh Gott, ich habe nicht mehr nächste Woche geplant. In fünf Jahren. Ich sage immer, mein Standardantwort ist so, ich hoffe, ich bin glücklich. Das ist halt immer so ein bisschen doof, aber ich kann nicht wissen, was in fünf Jahren ist. Ich hoffe, dass ich da mal eine dreckige Rolle gespielt habe vielleicht. Und privat? Ja, ich hoffe, dass ich vielleicht mein Studium dann beendet habe, sollte ich eigentlich schaffen. Das ist mir ein ganz realistisches Ziel. Und ich will mir da gar nicht so viel vornehmen, weil sonst habe ich so eine Deadline. Und wenn ich es dann nicht shoppe, dann bin ich voll enttäuscht. Ja. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.